Musik Musik Wir marschieren für eine Welt, die von Waffen nichts mehr hält, denn das ist für uns am besten. Und Waffen werden in Kriegen gebraucht, wo sonst, und mit Waffen wird getötet, wofür sonst werden sie gemacht. Deshalb wollen wir keine Waffen mehr, wir wollen keine Kriege mehr. Unser Motto heute ist, stoppt den Krieg, stoppt die Kriege. Überall. Überall. Denn unsere deutschen Waffen sind überall mit dabei. Manchmal stehen wir auf beiden Seiten und schießen aufeinander los. Das wollen wir nicht. Wir wollen nicht, dass Menschen sterben, weil irgendwelche Leute aus Macht, Profit und sonstigen Gründen sich goldene Nasen verdienen und die Menschen getötet werden. Musik